Gegen Mainz 05 treffe ich ja besonders gerne. So auch in der Saison 2013-14. Aber nicht nur ich war in diesem Spiel erfolgreich. Viel Spaß! Es ist der 31. Spieltag und der designierte Vizemeister BVB kann mit einem Sieg die Champions League Quali klar machen. Die Führung bereits in der sechsten Minute nach einer Ecke. Nur, wer ist der Torschütze? Milos Jojic oder doch Oliver Kirch? Kirchic. Nein, er schießt und ich versuche mich sogar noch wegzudrehen. Also ich will den Schuss eigentlich gar nicht berühren. Ich dachte, er geht so rein und dann kriege ich ihn schon gegen den Arm. Aber der war angelegt. Also niemals Handspiel und dann geht er rein. Also wie da die Statuten sind, weiß ich nicht. Aber Co-Production. Offiziell wird Jojic der Treffer gutgeschrieben. Ein abgefälschter Schuss führt nach einer Viertelstunde auch zum Ausgleich. Okazaki schießt in den Lauf von Mats Hummels 1 zu 1. Der BVB antwortet prompt mit einem Angriff par excellence. Sahin mit typischem Sahin-Pass. Mkhitaryan mit typischer Mkhitaryan-Vorlage. Und Lewandowski halt typisch Lewandowski. 2 zu 1 zur Pause und nach dem Seitenwechsel beweist Nuri Sahin, dass er einfach der Mann für den tödlichen Pass ist. Wenn auch ungewollt. Okazaki bedankt sich mit dem 2 zu 2. Schwarz-Gelb hat aber erneut postwendend die Antwort. Lukasz Piszczek mit dem eingesprungenen Achsel und dem erneuten Führungstreffer mit dem Scheitel. Am Ende zählen die Statistiker 30 zu 9 Torschüsse. Aber erst Nummer 27 und 28 machen den Deckel drauf. Bungert verhindert den Lewy-Doppelpack mit der Hand. Den fälligen Elfmeter verwandelt Marco Reus zum 4 zu 2 Endstart. Den fälligen Zas uważ regrett ihr Töten und seine Kämpfe Laufel CT. Vielen Dank.